Das haben wir uns hier, gucken, dass wir hier weitermachen. Haben wir das Loch gemacht? Ja, das haben wir auch gemacht, aber da ist auch noch was drin. So, das nehmen wir erstmal schön wieder mit. Da brauchen wir sowieso jede Menge von. So, brauchen wir was. Steckt auch noch was drin. Okay, hier war auch noch irgendwo welches, ja. Auch gleich mit. Was wir haben, brauchen wir nicht besorgen. Müssen auch gleich voll sein. Erstmal. Jo, sind wir. Ähm. Warte, dann würde ich sagen, bringen wir das erstmal weg. Ist ja nicht so weit. Das muss man natürlich jetzt hier erstmal irgendwo hinlegen. Sofern kein Sturm kommt, fliegt das ja auch nicht weg. Von daher sollte das kein Problem sein. Hier holen wir uns den Rest hier noch schnell. Da ist noch was drin. Da ist noch was drin. So, dann machen wir jetzt erstmal eigenermaßen wieder zu. Boah, das kann dauern, ja. Wir können es natürlich auch erstmal nur oberflächlich zu machen. Jetzt gucken, dass wir hier wieder an Sauerstoff rankommen. Dass wir hier nicht ersticken. Gehen. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal ein Stück weiter. Hier haben wir auch noch das Loch. So, reicht. Ähm. Weil es nimmt ja prinzipiell auch noch die Energie weg. Und... Ja, ja. So. Gehen wir mal hier weiter, ne? Da braucht... Das brauchen wir. Da müssen wir hin. Das brauchen wir... Gewöhnlich. Ja, wir müssen erstmal wieder kurz warten. Dass wir jetzt hier wieder Energie bekommen. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall hier alles mitnehmen. Ah, in der Nacht bekommen wir so wenig Energie. Es wäre schon schön, wenn wir irgendwie... Zumindest daheim ne Batterie hätten. Ja, da ist noch Gemisch. Zumindest kann man sich hiermit nicht verlaufen. Das ist schon mal ganz cool. Ich meine, gut. Man kann sich halt auch so nicht verlaufen, weil man das Ding eine ganze Ecke sieht. Aber... So. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen Richtung Berge. Da gibt es Sauerstoff. Und hier gibt es eine Höhle. Okay, da sind diese... giftigen Pflanzen. So. Oh. Hoi. Jetzt muss man vorsichtig sein, dass wir hier auch so... Ähm... Hochkommen. Aber in die Richtung können wir auf jeden Fall erstmal gehen. Wir müssen die Dinger auf jeden Fall platzen lassen. Und weg. Das Ding darf uns nicht erwischen. So. Okay, die Dinger kann man theoretisch auch mitnehmen zum Forschen. Das sollten wir auch tun. Dringlichst. Das ist echt blöd, dass man davon nicht einfach... Die kann man sich nicht irgendwie hinten... Ne. Schade. Hallo. Nein. Kann sie halt auch nicht schieben. Ist zwar ein bisschen doof, aber... Die Dinger können von Nutzen sein. Das schaffen wir auch so. Da braucht man nicht unbedingt... In der Nähe sein. Hält. Geht ja noch recht schnell. Wenn das natürlich nachher weiter weg ist, dann nervt das schon ein bisschen mehr. So. Einmal können wir auch vorschauen. Was ist das andere Ding geht? So was bekommen wir. Ein Netzplattform. Okay. Bringt uns natürlich jetzt alles noch nichts. Ähm. Können wir hier... Weiß gar nicht. Sollten wir das? Sollten wir es nicht? Hier wollten wir auf jeden Fall erstmal noch einen. So. So. Das ist okay. Hier machen wir uns ein bisschen Platz. Äh. Fälscht das dann. So. Hier brauchen wir... Achso. Hier können wir erstmal auswählen, was wir dann herstellen wollen. Eine Forschung haben wir. Schmelze brauchen wir auch nicht unbedingt. Da brauchen wir Aluminium. Haben wir gerade einmal, ne? Ach ne. Wir sind ja gestorben. Wir haben gar keins. Verdammt. Aluminium. Ja. Drucker wäre... Drucker wäre erstmal so das... Wichtigste. Würde ich sagen. Ja. Dazu müssen wir viel mehr so eine Forschungsdinger holen. Und hier sieht es echt mau aus. Wir sollten echt mal in die Höhle gehen. Die hier ist. Ich hab auch nicht mehr... Ich hab nur noch einen so einen Teil. Sollten wir uns auf jeden Fall einmal... Dicks noch mitnehmen. Ach, wir haben noch was zu forschen. Das Ding müsste voll sein. Dann machen wir das gleich auf jeden Fall noch. Ach, Mann. Ich brauche doch kein Harz. Ich meine, klar brauche ich auch, aber... Hallo? Meine Herren. Naja. Gut. Dann. Ähm. Gehe ich hier richtig? Ne, wir müssen hier rüber. Ich würde sagen, wir gehen doch ein bisschen in die Höhle erkunden. Vielleicht kriegen wir unser... Ich weiß gar nicht. Kupfer war es, glaube ich. Kupfer wieder. Wenn es nicht despaunt. Jetzt müssen wir ein bisschen langsamer runtergehen. Sonst sind wir nämlich tot. Gut. Ist halt echt ziemlich hoch. Ich würde hier gern so ein bisschen... So ein Weg. Aber das ist selbst... Das ist noch viel zu hoch. Ich meine, ich würde... Nicht zu weit... Ach gut. Das hat er überlebt. Auf dem Fall das Zeug mitnehmen. Ähm. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir da dann... Oh, 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 oh. Wenn das schon so... Oh, cool. Können wir ja doch einen Schmelzer bauen. Problem ist... Ich brauche Sauerstoff. Äh. Oh, bitte. Das ist ein bisschen bugged, oder? Kann sein. Ah. Okay. Jetzt müssen wir echt gucken, dass wir hier rauskommen. Das wir hier wieder hoch. Mir ist das nämlich... So heikel. Okay. Höh. Nein. Nicht wieder sterben. Hallo. Oh nein. Nicht diese Scheiße. Ich brauche... Ähm. Ne. Wir müssen das einen kleinen Abstecher hier rüber machen. Was ist das für ein Zeug? Ne. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss erst mal raus. Nein. Und wieder tot. Ach, verdammt. Da ist meine andere Leiche. Ach man. Was man nicht im Kopf hat, hat man, ne? Ach, ich hab damit ja jetzt gar nicht gerechnet. Ähm. Wir müssen uns Gemisch mitnehmen, dass wir uns da wenigstens so ein Ding hinbauen können. So ein Weg. Dann kommen wir da auch klar. Dann kriege ich das Zeug auch geholt. Zweimal schon gestorben. Verdammt. Okay. Jetzt also nochmal auf ein neues. Ähm. Langsam. Äh. Hier bin ich fern runtergefallen. Okay. Wenn ich jetzt hier... Wir gucken mal, ob wir das vielleicht sogar noch ein bisschen besser gebaut bekommen. Weil hier haben wir uns ja jetzt hoch schon gebaut. Können wir da runtergucken? Hier muss ich halt aufpassen, dass ich nicht irgendwo runterfalle. Hallo. So. Ähm. Bekommt die Connection? Jawohl. So ist es erstmal ganz gut. So. Dann haben wir hier erstmal... Können wir uns hier erstmal ein bisschen bewegen. Dann können wir jetzt mal gucken, wie wir hier unten an unsere Scheiße rankommen. Oh Gott. Das ist echt tief. Müssen wir hier echt gucken. Dass wir hier uns irgendwie... Oh. Das ist wirklich nur eine ganz dünne Decke hier, oder was? Vielleicht hier hinten. Irgendwie ein Weg runter. Schitter. Schitter. Das sieht nicht gut aus. Ah. Hier können wir uns Energie holen. Ich meine, wir hätten noch genug Zeug... Um uns hier das ganze Kram zu holen. Aber ich möchte jetzt schon gerne mal... ...mein Zeug wieder haben. Also müssen wir uns irgendwie was in den Berg bauen. Dann werden wir ja wohl irgendwie hinbekommen. Dass wir uns hier so einen... ...seitenweg einfach so runterbauen. So müssen wir uns hier einfach so einen... ...blöden Tunnel runtergebaut kriegen. So irgendwie gehen. Immer schön... ...an der Kante lang. Lassen wir mal wieder ein Stück hoch, weil wir brauchen erst mal hier so ein... ...Ding. Okay, bis hierher kommen war. Das war jetzt ein bisschen... Nein, 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 nein. Oh Gott. Aber gut, das geht. Das war jetzt nicht allzu weit. Sollte machbar sein. Dass wir da wieder hochkommen. Ich würde jetzt natürlich gerne... ...irgendwie... ...so ein Ding hier noch herbauen. ...verbindungen. Das ist erst mal nicht wichtig. Oh Gott. Nee, es ist weg, oder? Da ist was runtergefallen. Das ist alles Sauerstoff. Es sieht so aus... ...als hätten wir... ...mächtig Pech gehabt. ...unser... ...unser... ...energie... ...die können wir ja mal mitnehmen. Sauerstoffe... ...können wir jetzt... ...nicht mitnehmen. Aber es ist auch egal. Es sieht so aus, als könnten wir hier... ...unser Zeug nicht mehr finden. Okay. Ah, doch hier. Da. Das... Ah ne. Das ist zwar nicht, was ich suche, aber... ...ähm... ...Energie braucht man nicht unbedingt. Das Zeug ist wichtiger. So, dann würde ich sagen... ...wann sehen wir auch zu, dass wir... ...erst mal wieder rauskommen. Komm hier hoch. Ah, das wird natürlich eng hier. So, jetzt müssen wir aber hochkommen. Ja. Sehr gut. Hier oben gibt es ja noch... ...ne Menge Zeug zu holen. Wir haben jetzt auch... ...ne einen Platz hätten wir noch. Ich verteile die jetzt mal alle hier. Wir müssen ja hier sowieso rein noch... ...unser Kram alles holen. Jetzt gucken wir, dass hier nicht unbedingt... ...Gefahr lauert. Zack. Und jetzt sehen wir zu, dass wir erst mal hier rauskommen. Hier hoch. So, jetzt müssen wir erst mal gucken. Ähm... ...theoretisch... ...ah, ne, das ist ja doch... ...das ist egal. So, jetzt müssen wir ja eigentlich... ...hier wieder rauskommen. Äh, nein. Kommen wir nicht. Boah. Ich muss umhinkommen. So. Bis hierhin kommen wir. Das ist mal so zu, dass wir hier... ...hier... ...hier... ...blöd. So, ist es zu. Oh, nein. Okay. Oh, nein. So, es ist echt so.